Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Elder Scrolls Arena wir haben gerade die Quest abgegeben gehabt hier der Magier Gilde und wir sind vom Geld her so weit dass wir vielleicht schon der Brustpanzer Dings holen können aber ich will noch ein bisschen Geld sammeln los deswegen gehen wir mal zum Königshaus hier und suchen uns mal eine Quest wo ist denn das der Palast ist das da oben im Norden oder müsste ich irgendwo anders da ist der Ausgang das muss dann wohl ganz der im Norden sein da Nordosten machen wir da einmal so eine Quest für den guten herrn noch mal wie viele Dings haben wir eigentlich obwohl wir können ja dieses Dings hier eigentlich noch nutzen die ganze Zeit hier wie heißt das Teil da nochmal auf Feeling True er ist ja schon sehr gut finde ich wir machen uns den auch immer wieder voll dann machen wir hier mal noch die Quest und wir können auch hier schon mal ein Safe Game machen auf die 1 dann haben wir jetzt 4 Speicherstände für ähm für dieses Spiel hier jetzt für unsere Aufnahmen und hier gibt es bestimmt jetzt eine schöne Quest ich bin ab hier ah ok weil hier und elsewhere die sehen schon sehr sehr menschlich aus nicht so wie Khajiit die Katzen Oin mein lieber Max-Lieus was me-sae miserable day you have picked to visit my city state you two of I'm very happy to see you for I found myself in a dire situation I need someone to escort someone and I am willing to pay quite handsomely can you help Natürlich, was kriegen wir? 3825 Volt Ich habe einen Kontakt in Tenmar-Forest, ein wenig weniger als 25 Tage in den Süden in der Maidress-Guide, wunderschön für die Behandlung von Kafferlitz, Chispo Meine älteste Daughter Ja, ok, kriegen wir hin, 3000 Gold, kriegen wir Oh, ganz hübsch die Außenmedierenden, man Ja, die 3000 Gold, die nehmen wir eben ganz schnell noch mit Und dann schauen wir mal, wie viel wir da noch brauchen, damit wir in Haven hier die Dingens hier kriegen Wie hieß das Ort? Wir sind hier in Korinth Oh, Falls of Colossus, da sind sie Tenmar-Forest, da müssen wir hin Genau, Tenmar-Forest, ja, 8 Tage Reiten wir da mal schnell hin So, oh, ohne Sitten Nacht Natürlich Müssen wir Taverne suchen Warum ist das eigentlich auch schon wieder Winter hier? So, nicht runterfallen Ich hoffe das da ist eine Taverne oder das hier, wo hier Licht an ist Ne, ist keine Taverne Die suchen jemanden, der weiß wo eine Taverne ist Hier ist eine Taverne Nein Hier ist ein Dingenskirch Heißt der Händler Händler Equipment Store Nein, da ist ein Wider Equipment Store Da haben wir die Magier-Gilde Jetzt mal eine Taverne, hallo Immerhin haben wir Magier-Gilde Wohin? Da werden Oh Ah, komm 38 Gold, immerhin Wir können doch alles mal mitnehmen Broke, genau Und der hat 15 Gold Hier haben wir ein Statttor Hier haben wir ein Statttor Oder sowas in der Richtung Hier haben wir eine Taverne So Dann eben ganz schnell Zimmer Gärtner Room Abel Ein Tag Wird reichen Genau 20 Gold Ja Wo sind denn die Hier sind die Zimmer Geht man aus Ansonsten pennen wir hier so Wett 11.55 Uhr in der Nacht Okay, dann Camp for a while 8 Stunden Wird reichen Ja Da bin ich wach geworden Da geht's nach oben Ja Da geht's nach oben Der Nebel im Winter hier ist Wo haben wir die Tür Da haben wir die Tür Da haben wir die Tür Also Wie viel haben wir jetzt 66.634 Und wir sind schon bei Fast 3 Millionen Erfahrungspunkte Das ist nice Das fehlt uns aber noch ein bisschen Lass mal zum König von dieser Stadt gehen Lass mal zum König von dieser Stadt gehen Und mal gucken was der für ein Auftrag ist Wir brauchen ja Geld Wo ist denn das Königshaus Wo ist denn das Königshaus Nicht Auch nicht Auch nicht Auch nicht Da im Süden Und ab da hin Ah der Nebel ist auf jeden Fall weg Da haben wir Da haben wir Königshaus Mal schauen Ich hoffe der hat Arbeit für uns Weil wir jetzt Doch schon die 75.000 haben wollen Oh die Ja Machen wir Keine Ahnung Das heißt 3880 Meine Mutter Nanita Abus Das heißt Wir müssen das in Alabasta Alabasta Äh Äh Warte Warte If you can make certain She makes it to my Representator At the palace by then Will be paid Ja okay Also In Palast Okay In Alabasta Oh dieselbe Ja die ist die war rothaarig Oder grün Hatte er gesagt Doch er war doch blond glaube ich Ja dann Ab nach Alabasta Haben wir Alabasta Ja Selb Tage Selb Reise Und es ist wahrscheinlich wieder Nacht Ja Und es ist Nacht Wie immer ist es Nacht Ich höre Ja Ich höre Solche Ich höre Ja werden Wann Ich höre . Ich höre Ein Punkt Ich höre Hm? Okay. Also Südwesten. Westen. Komm. Und rein da. So. Ah. Waffe wegstecken. Und guten Tag. Ich hätte gern ein Zimmer. Doppelzimmer würde reichen. Dankeschön. Ja. Eine Nacht. Genau. Richtig. Ja. Machen wir also. Komm schon. So. Dann. Wir gehen mal auf den Tisch. Was sagt die Uhr? Äh. Ja. Okay. Das heißt. 14 Stunden durchpennen. Dann haben wir jetzt. 8.25 Uhr am Morgen. Fangen wir mal. Wo müssen wir die nachher bringen? Palast war da. Ja. The Palace in Alabasta. Okay. Northeast of Tenma. Ja. Last von Alabasta. Oh. Oh. The 15th of Morningstar is a holiday taken very seriously in Alabasta. Where they call it Southwest Prayer. A plea by all the religions of Tamriel for a good planting season. Citizens with every affliction known in Tamriel flag to services in the city-states brotherhood of faith time. As a clergy is known to perform free healings on this day. Okay. The people know that only a few will be judged worthy of this service. But few can afford the brotherhood of faith's usual price. Okay. Okay. Schauen wir mal. Wo ist denn das Verpasst? Äh. Doch. Nordwesten. Und dann ab nach Nordwesten. Dann liefern wir die ab. Klingen nochmal fast 4000 Gold. Dann heißt es vielleicht noch ein oder zwei Mal. Und dann haben wir es erledigt. Dann haben wir genug Gold für den Ebeneerz Hanisch. Und diesen Ebeney Bracelets. Das waren nur Bracelets. Oder Bracelets. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja. So. Hier ablief. Jo. Kling mir. Moin mir. Ist der okay. So. Guter Herr. Ich habe hier jemanden für dich. Willkommen zum Palast. Ich sehe, du hast Barones Rans Mapa Nanita Abuse mit dir. Ja. 3800. Nice. Und. Ja. Nochmal. Fari hatte gerade noch kurz wussten müssen. Ja. Wieder escortieren. Wir kriegen dafür... 4420. Das heißt. Äh. Better if you would agree to escort my here parent Tazita Rostle to Kingswalk. Okay. Kingswalk muss man hin. Zur Magiergilde. Okay. Jo. Waffenbar. Magiergilde in Kingswalk. Ich glaube ich muss auch die Dinger nicht alle mehr vorlesen. Wie viel Kohle haben wir jetzt insgesamt? 70.000. Ja. Wir haben es schon fast. So. Kingswalk. Wo ist denn das? Ne. Da war Kingswalk da. 13 Tage. Nice. So. Da sind wir. noch helligter Tag. Suchen wir mal die Magiergilde, die hier hoffentlich wie so ein Stern aufgezeichnet wurde. Hm. Ne. Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt. Ich muss hier die Passanten fragen. Was sein soll. Äh. Du sag mal. Wo sind das? Okay. Westen. Westen hilft mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Ja. Komm. Ich bin dran vorbei. Okay. Jetzt wäre es schön wenn hier wieder irgendjemand ist. den ich fragen kann. Du sag mal. Äh. Magiergilde. Wo ist denn das? Äh. Ah. Geil. Exakte Location. Ah. Wo ist denn der Eingang dafür? Da haben wir den Eingang. So. So. Genau. 4420. Dankeschön. Haben wir jetzt? Ah. Ah. Noch ein bisschen. Eine Quest machen wir noch. Eine noch. Für den großen oder die große Königin. König. Fürs Königshaus. Das ist diesmal ganz im Süden. Oh. Es wird auch langsam spät. Es wird schon dunkel. Schauen wir mal, dass wir noch rechtzeitig da ankommen. Wir müssen nur. Ich hoffe wir müssen nur jemanden abliefern. Das wäre das beste was passieren kann. Weil das ist schnell verdientes Geld. Guten Tag. Ja. Äh. Ja. Okay. Good. Some months ago. For reasons to merit and mock up politics. To explain. I get the Darkrobot in Sea Place. This banner of mine. Ja. Back to Kingsborg. I understand you will find a representative of the Darkrobot in Sea Place. It is 27 days by horse to the east and back. I do know whether or not the rumors that the blades wants to keep the banner in Sea Place are true. There could be some resistance along the way to conclave of mercy in Sea Place. In Sea Place, conclave of mercy and then back. 5,979 gold to me. Conclave of mercy. Then you shall be my champion. Ok, and go back. OK. We will do it. We will do it again. Don't forget to do it again. We will do it again. Okay yeah. So. Hm? Deplay. Oh. Wo do we have it? Hold up. No. Die Plays, da haben wir es. Ja, Five Days. Schnell reisen. Enclave of Mercy finden. Und wieder zurück. Ah, wieder Nacht. Toll. Da hat jeder Bock drauf. Wenn man nachts hier mal attackiert wird. Perfekt, Taverne. So, Messer wieder einstecken. Und hier hin. Ja. Send me for me. Nein, das ist nichts, was ich jetzt will. Ich will ein Zimmer. Get a room. Single. Eine Nacht. Ja. Dann können wir. This is an ordinary rock. You see from the start you notice a scar above the ropes. Right eye. The symbol of the blades. Ach, nö. Nicht deren Ernst. Wir haben jetzt aber, mal, setzen uns mal hier. Es ist 10 Uhr. Das heißt... Wo ist noch einer? Da. Du. Kommt man da irgendwie hin? Äh... Genau. Shift J. Da komm ich nicht hin. Hier. Boah. Kann ich jetzt campen? So, sagen wir mal... Sagen wir mal... Fehl Stunden. Passt. Ja. Ne. Da wollen wir nicht hin. wir wollen raus. Ah, wir müssen hier auch noch eine ganz andere Schrott verkaufen. So, conclave of mercy müssen. Where is temple conclave of mercy? South East. Natürlich, immer South East. Immer South East. So, das ist das da. Oder das da. So. The temple conclave of mercy. Ja. Der sagt mir jetzt die exakte location. Ah, ist das da drinnen. Super. Das Labyrinth. Das Labyrinth ist es. Warum haben die hier ein Labyrinth gemacht? So nervig. Ja, conclave of mercy. Genau. Und da haben wir den. Mein Bruder, du hast genau ein Banner. Ja. Haben wir jetzt. Dann können wir wieder zurück nach Kingswalk. Ja. So. Und. Kingswalk. Ja. Wo war hier? Südwesten. Westen müsste Königshaus sein. So. So. Südwesten wie es nun geht. Dann haben wir die Kohle. Dann können wir uns beide eben jetzt das Ding erholen. Wie weit noch? Okay. Die Stadtmauer haben wir jetzt erreicht. Ja. Da haben wir es. Äh. Wird jetzt hoffentlich erfreut sein. Und. I'm glad to see you from. Ja. Genau. 9700. Äh. Äh. 5900. Äh. Was sag ich denn da? Ja. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall genug. Um uns alles kaufen zu können. Hier. Wir sind schon bei 80.000. 5.000 werden wir definitiv. Das heißt hier machen wir nochmal ein Save Game. 1. Und dann reisen wir nochmal hier nach Haven. Ja. Das würde uns 24 Tage kosten. Ist für mich in Ordnung. Ah. Toll. Wieder Nacht. Ich würde sagen wir gehen mal ausnahmsweise so diese Richtung. Aber es ist kein Winter mehr. Schneid nicht mehr. Ja. 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 Kein paar drauf. So. Hopp. Keeling. 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 Der hat nichts. Hinter mir ist keiner. Ah ja. Geil du darfst mir auch noch gleich dazu. Du darfst mir auch noch gleich dazu. Ja. 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 Und anschließend nehmen wir mal rein. Ja, das Spiel kennen wir ja, Zimmermieten, Single, eine Nacht, ja genau, hier ist noch schön Wetter her, wir haben es, 5 Uhr, das heißt wir pennen hier, 3 Stunden, 8 Uhr, da müssen auch die meisten schon offen haben, dann suchen wir unseren Lieblingshändler, der hier irgendwo westlichste sollte, der hier, ach nö, ist er weg, nur weil ich hier zu lange nicht mehr da war, immerhin wissen wir wo das hier ist, heißt es, in der nächsten Folge machen wir uns mal auf der Suche stehen, wieder mal, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, ich bin's, euer Max Deus und ciao! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020